Das ist ein Problem. Genießen? Ich wurde entführt. So etwas kannst du nicht genießen. Wirklich? Okay. Ich weine. Alles wird gut. Naja, er hat alle Leute verloren, die er gern hatte. Er macht sich halt auch Sorgen. Er weiß nicht, wo sie sind, ob sie leben. Er hofft es halt einfach nur. Er hat sein Zuhause verloren. Das ist U-Boot. Es ist alles im Moment sehr... ...unbeständig. Genauso wie am Anfang des Spiels, wo er dann nicht wusste, was er als nächstes machen soll. Und dann hat er die Detektive gefunden, die ihm einen Sinn gegeben haben, wo er so war, okay, damit kann ich was anfangen. Und jetzt ist alles wieder weg. Ja, einmal über die Lebensgeschichte erzählen. Darf sie darüber reden? Oh. Arceio? Das war's. Ich will das immer wiederkommen. Das war's. Ich will das nicht so. Ich will das nicht mehr, was ich nicht mehr davon erledigen. Das ist es. Ich habe mich sehr, sehr, sehr erledigt. Ich will nicht sagen, dass das schon mal wer gesagt hat, aber hat der Yuma nicht so was ähnliches irgendwie in die Richtung gesagt? Irgendwie so, weil er im letzten Fall irgendwie so, ja, ein Held möchte ich sein oder sowas. Ja. Ja, also, nein, natürlich nicht, einzeln kannst du die Welt nie verändern, aber irgendwo musst du anfangen. Jeder einzelne für sich wahrscheinlich, kannst du nicht viel tun. Nein, nein, denk doch an die Wendy, du hast ihr unglaublich geholfen. Und jeder kann die Welt auf seine eigene Art und Weise verändern. Oh, du hast die Augen geöffnet. Oh, du hast die Augen geöffnet. Ich hab's nicht so verstanden, aber du hast die Augen geöffnet. Du hast die Augen geöffnet. Du hast die Augen geöffnet. Er scheint ja nett zu sein. Oh Gott! Oh, du hast ... Oh, du bist ... Oh, du hast die Augen geöffnet. Du hast du jetzt nicht die Augen geöffnet. Ach, du hast nicht den Augen geöffnet. Die Augen geöffnet werden. Ich bin nicht die Augen geöffnet, aber die Augen geöffnet sind. Du hast die Augen geöffnet. Auch die Augen geöffnet sind doch nicht. Wir haben auch die Augen geöffnet werden und die Augen geöffnet haben. Wir haben dich ja genau zu verngulo gelöst. Wir haben von Widerstand ... Wir sind eine europäne Ausbildung. Aber wir sind die aufersteckere, die Ne Tage heimung. Re-resistance? 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 Chachi? Chachi? Hm. Hm? Aber es steht ja nicht mal drauf, wo du hinkommst, wenn du Interesse daran hast, oder? Oh, cool. Hahaha. Ja, es ist besser für was zu leben und zu sterben, an das du glaubst, als sich zu verstecken, wa? Hm. Es war wirklich etwas grob. Ja, man. Warum ich? Ja, natürlich. Das meine ich innerhalb von 10 Minuten, weil dieses Spiel darauf basiert, dass wir sehr viel reden. Ein Versteck. Okay. Tuff, Tuff, Tuff. Stampf, Stampf, Stampf. Yuma, irgendwas hast du an dir, dass die Leute dich haben wollen, habe ich das Gefühl. Du ziehst wirklich sowas magisch an. Du ziehst wirklich sowas magisch an. Hm. Hm. Du schaust aber so aus. Ach, Gottchen. Du bist wirklich gut. Du bist wirklich gut. Als ob du eine große Wahl hättest. Du kannst nicht runter. Oh, schau. Das ist voll überflutet. Okay. Hm. Fragezeichen. Okay. Yo. Wo sind wir denn hier? Oh. Nimm doch nicht gleich das Schlimmste an. Ja. Niemand sollte so leben müssen. Das ist... Untragbar. Aber wir müssen wirklich schnell diese... Diese Rätsel hier lösen und die Amaterase Corporation besiegen. Ist das fucking Sim City? Was ist denn das? Naja. Das bedeutet, ich kann mich hier... ...ordentlich umschauen. Ein neues... Bist du tot? Er wirkt... Er wirkt sehr tot. Ich gucke die Augen an. Hm. Hier. Aha. Sehr gut, dass wir eben alles andere zuerst anschauen, bevor wir der Hauptqueste nachlaufen. Hehehehe. Jetzt finden wir ja wieder ganz viele. Zugegeben, zwei habe ich nachgeschaut. Aber das ist ja noch vollkommen egal. Gefunden habe ich sie trotzdem. Was ist das denn? Hehehehe. Wir unterhalten sich. Die haben ein Gespräch. Mann ist das traurig. Oh! Oh! Oh mein Gott! Ich gucke! Hm. Verstehe ich. Entschuldigung, ich muss ja hinter dir stehen. Hey! Wenn die NPCs langsamer laufen als du. Okay. Ei, 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 ei. Ich würde mich dann irgendwann irgendwann hier drücken. nochmal umschauen. Aber er rennt halt gerade so langsam. Deswegen machen wir das jetzt nicht. Ein paar Dinge sind schiefgegangen. Er so. Was ist das? Wir haben das gleiche Sprache? Das ist dann schon so ein Bruder. We're bonding. Haha. Wie ist das denn? Er hat mich niedergeschlagen. Ja, also irgendwie macht es das zu... Ungleichen Brüdern, schätze ich. Es ist immer gut verbündet, sie zu haben. Die Leute schauen ja aus, als würden sie Battlefield oder Call of Duty spielen. Mit diesen... ...Militär... ...aufgedöns hier. Die Tonne mit dem Feuer. Oh Mann. Das ist traurig. Was ist das denn jetzt für eine bunte Mischung? Der Typ hat uns in den Wagen verfrachtet. Oh Mann. Was ist das denn? Und... ...die... ...dame hier. Okay. Okay. Yuma ist so. Genau hier haben sie mich erwischt. Es tut immer noch weh. Da ist ein Tresor dahinten. Wie fällt das zuerst auf? Alles anpassen. Alle haben diese Vorstellung von mir. Aber bin ich das gar nicht? Ich äh... Ich äh... Ich äh... Ich äh... Wieso hast du Elfen worden? Und deswegen... Okay. Na gut. Okay. Na gut. Ich frag mich, wo meine Freunde sind. Ich äh... Ich äh... Ich äh... Aber ich weiß, dass die Leute nicht kennenlernen, das ist auch nicht so schlecht. Ja, das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Da ist unsere Kampfer. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Das ist nicht so ein Mensch, Aber sie haben auch ein Fortschritte. Sie sind auch ein Fortschritte. Sie sind alle guter Mann. Sie sind alle guter Mann. Wenn Sie sein, dann werden Sie die Freunde. Sie können Sie mit ihnen sprechen. also wierst verschleppt und auf jeden fall schau dir das an herz ich mein sie können ja nichts dafür Ich mache es nicht runter. Es ist einfach nur traurig, dass Menschen so leben müssen. Oh mein Gott. Was ist hier? Was ist das denn? Überall Überwachungskameras? Okay. Ein X markiert die Stelle. Brechen wir die Wand auf. Oh, warte. Ah. Nice. Hui. Tresor hier drüben? Kann ich da nicht? Okay. Ich kann nicht. Aber die Küche kann ich begutachten. Diese Küche ist überraschend gut ausgestattet. Ich denke, dieser Sachi-Typ ist ein ziemlicher Kulinariker. Scheint so. Hm. Drüben ist gar nichts. Und dann so hier drüben noch. Unordentliches Regal. Auf dem Regal stehen verschiedene Dinge. Vielleicht gehören sie Mitgliedern des Widerstandes. Helme, Feuerlöscher, Bohrer, Drähte. Sieht aus, als würden sie sich für den Kampf bereit machen. Oder einen Bankeinbruch. Oder einen Diamanten wollen sie klauen. Ich hoffe, ich werde nicht mit reingezogen. Du bist schon mittendrin. Du hast keine... Keine Chance zu entkommen. Na gut, dann reden wir einfach mal mit allen. Ja. Ich soll was sie sagen. Saaban. Jo. Die Haare schauen aus wie Blaubeeren. Und bei uns haben sie vielleicht schon gesehen, dass wir uns mit Amaterasu angelegt haben, deswegen... Ich wäre so enttäuscht und traurig, wenn sich herausstellen würde, dass einer von unseren Detektivfreunden eigentlich für Amaterasu arbeitet. Ich hoffe, das passiert nicht. I don't want that. Cool. Na, den Zukunftstraum. Das ist doch schön. Ich kann gut an Maschinen herumbasteln. Ich frage mich, ob ich an Maschinen herumgebastelt habe, bevor ich mein Gediches verloren habe. Das bezweifle ich irgendwie. Ja, du wirkst nicht so wie der technisch versierte Typ. Jetzt habe ich mit dem Hinteren geredet. Wie passiert das denn? Was? Was? Wargulor? No. Trafalgarlor. Jenseits des Regens? Ja, tatsächlich bin ich von dort gekommen. Das ist, glaube ich, der zweite alte Mann, den wir kennenlernen. Der erste war im Zug, der ist gestorben. Und er ist der zweite. Bis jetzt haben wir noch nicht so viele alte Männer gehabt. Alte Frau noch schon gar nicht, oder? Hm. Oh, schön. Oh, wir benutzen unsere Stage Names. Oh, ich bin der Todesdetektiv. Wir benutzen unsere Superhelden-Namen, aber dann bin ich der Todesdetektiv. Natürlich. Das erinnert mich an Hogan's Heroes. Ein Käfig voller Helden. Wo sie in diesem gefangenen Lager sind. Vom Zweiten Weltkrieg. Und die ganze Zeit den die Deutschen austricksen und alles durchschmuggeln. Und es ist so lustig. Ich liebe die Serie. Ein Rentner der Kunstverkauf. Ah. Cool. Es ist schön. Naja, Hass. Ich hasse sie nicht, glaube ich, so sehr wie ihr, aber... So, du? Ich steh schon wieder hier drüben. Ich glaube, ich wurde noch nie bezahlt für irgendeinen... Bis auf den letzten? Aber das waren Informationen und kein Geld. Ich wette, du hast nicht so viel Geld wie Amaterrazo. Nicht jeder Detektiv. Ja, aber es ist so. Es ist so, glaube ich. Es ist so. Es ist so, glaube ich. Kann er gut schwimmen? Na, natürlich kann er gut schwimmen. Das habe ich mir gedacht. Das ganze Aussehen hat schon irgendwie darauf hingewiesen. Ich bin ja Detektiv, nicht wahr? Also, solche Beobachtungen. Ist das nicht ungesund, in dem Wasser zu schwimmen? Wie soll ich denn etwas nach Unterwasser liefern lassen? Ich nicht, aber okay. Immerhin kennt sich ja einer von uns aus. Wenn du das brauchst, melde dich. Ich gebe dir einen Rabatt. Hoffentlich wirst du nicht abgezockt. Das hat Halara schon erledigt. Ich bin in Schulden bis ans Ende meiner Tage. Ich verwalte die Finanzen des Widerstands. Das heißt, wenn wir diesen Kerl fangen und foltern können... Hör auf, so bedrohlich zu klingen. Wieso will sie ihn fangen und foltern? Du solltest die anderen, was sie zu sagen haben. Ich will nach Hause. Du hast kein Zuhause, Yuma. Endlich mal eine mit einem normalen Namen. Iruka. Ja. Ja. Sie sind ein Kind, oder? Ja. Du bist ein Kind. Also, wenn eine Frau nervös vor euch erscheint, muss sie vielleicht nur pinkeln. Was, eine Waffe? Naja, wir haben ein Schwert in den Labyrinths, also... Aber es ist wahrscheinlich nicht wieder ein realen Kampf. Ja, bis jetzt hatte ich noch nie die Notwendigkeit dafür. Ah, das, ähm... Ist schön? Ah, ja. Wie zum nächsten wird es wohl eine... Du hast erst fünf Geburtstage erlebt, oder was? Ah, okay, ja. Gut. Ein stabiles Individuum? Tun wir es zusammen? Ich hoffe, du meinst jetzt... Den... Du meinst jetzt was anderes und nicht das Abdrücken, nicht wahr? Also... Dann sag ich ja. Ah, du willst mich abschießen? Ist das... Soll ich dein Ziel... Spielen? Natürlich möchtest du das, ach... Okay. Ähm... Ich drehe mich zu dem Typen hinter uns um und bin so... Also, alle waren ja ganz okay, aber wer zum Teufel hat die Dame eingeschleppt? Sie ist verrückt. Verrückt. Du meinst, ihre volle Blase lässt sie so einen Blödsinn schwafeln? Oh, Entschuldigung. Das wollen wir ja nicht, dass sich jemand so fühlt, wenn er genau sowas redet. Das wäre... Verrückt. Ich konnte nirgendwo mehr hin. Sie hat Entzugserscheinungen. Gut. Konntest du das dann wenigstens an Zielen üben, die keine Menschen sind und noch weiteratmen wollen? Ich... Ich wollte sagen, ich stehe nicht auf Mädels, aber ich kann nicht für Yuma sprechen. Wobei, auch nicht für mich in dem Fall. Soll ich jetzt auch noch mal erzählen, oder? Das war's. Ich habe einen Ort, den ich in diese Region habe. Ich habe einen Ort, der ich nicht so einfach, sondern ein Ort. Ich habe auch einen Ort, der ich in meinem Haus selbst gefühlt. Ich habe einen Ort, der ich in diese Firma habe gemacht. Und ich habe einen Ort, der alle Eltern gefühlt. Ja, ein Ort, der es ist. Ich habe einen Ort, der ich nicht nur eine Krise oder eine Krise verletzt. Wie sich das so ändern konnte, ist mir ganz unbegreiflich. Das kannst du laut sagen. Ich wette, die meisten Angestellten da drin sind ja einfach nur Mitläufer. Die haben keine Ahnung, was da los ist. Weil bei so Gruppen ist es ja immer so, wie sind Alpha, Beta und Gamma oder sowas? Das hat ja jeder seine Aufgabe in einer Gruppe. Und die Leute, die am meisten in einer Gruppe vorhanden sind, sind halt die Mitläufer, die nichts zu sagen haben. Das ist ja immer so, die einfach die Drecksarbeit alleine sozusagen. Hm. Ich wollte eh mal fragen, ich weiß nicht, ob ich schon gefragt habe, ob in diesem Land, in dieser Stadt, es jemals nicht geregnet hat. Und jetzt hat er eh gerade gesagt, also vor drei Jahren hat es dann angefangen zu regnen und nie wieder aufgehört. Das ist, die Leute kennen tatsächlich einen Himmel ohne Regen. Ja. 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 Es sind immer die, weißt, der Yuma gibt sich ja auch an einem die Schuld und sowas. Und dann denkst du ja, nein! Nein! Ihr seid nicht diejenigen, die sich entschuldigen müssen! Ihr seid nicht diejenigen, die irgendwas davon... Ihr könnt nichts dafür und es sind immer die Falschen. Die, die sich entschuldigen sollten, auf Knien um eine Verzeihung bitten müssten, sitzen da oben auf ihren dicken Ärschen. Im Geld! Ich bin kein Meisterdetektiv. Ja. You know it. Also, Yuma. Okay, ohne mich. Ja, aber okay. Sonst geht das Spiel ja nicht weiter, also was soll ich sonst groß machen? Na und? Du hast doch gewusst, was ich sagen werde. Jetzt wird es aber ein bisschen unhöflich. Nein. Du kannst doch Detektiv und Widerstandler sein. Ja, bist du. Du warst bei der WDO, weil du da Bücher... Ach, egal. Mach einfach weiter. Ich hab keine Lust, das alles wieder aufzuwärmen. Muss ich wohl sein. Immerhin bin ich mit dir zusammen. Ui, ei, ei, ei. Es werden schon Mysterien auftauchen. Ja, ja. Nachin. Bitte rühlt mit mir. Ich bin mit Komi. Diese Frau ist so anstrengend. Ich liebe sie, aber... Es ist nicht leicht mit ihr. Hey, ich hab nur das gedrückt, was mich weiterbringt im Spiel. Soll ich jetzt also Nein sagen? Oh, Yuma. Ich versteh's nicht mehr. Ich dachte, ich sag das Richtige. Er muss zu Tränen gerührt sein. So? Er sieht nicht so glücklich aus. Ich muss meine Kollegen suchen. Entschuldigung. Ich muss mich überraschend machen. Okay. Oh, was ist das? Ich glaube nicht, dass sie das verlangen, oder? Ja, genau. Ich glaube nicht, dass sie das verlangen, oder? Ich glaube nicht, dass sie das verlangen, oder? Nein, nicht wirklich. Was heißt das denn? Rikko. Jetzt werde ich aber rot. Schau. Solange ich kein Game Over bekomme, ist es mir eigentlich egal. Oh, okay. Du hast zu viel gesehen. Hä? Wozu? Okay. Ja, okay. Wozu würden sie überhaupt einen Detektiv brauchen, wenn er nicht mehr als Detektiv arbeitet? Ich finde es witzig, dass sie jetzt so tun, als hätte ich zuallererst Nein gesagt und nicht einfach so, ja, klar, warum nicht? Ich bin so... Ich habe aber komplett das Falsche gedrückt, aber... Ich habe den einen Satz, der wichtig war, nicht gelesen. Ich habe den einen Satz, der wichtig war, nicht gelesen. Wir müssen unsere Kollegen sowieso finden. Ja!